Hey, heute zeige ich euch, wie ihr Rattenkönig bekommt, die wahrscheinlich ein bisschen OP in Osiris bzw. den Trials of Nine sein wird. Wir werden sehen, aber zunächst einmal zeige ich euch, wie ihr die überhaupt bekommt. Und zwar müsst ihr dafür wieder so eine Mission abschließen, die ihr nach der Story bekommt. So eine blaue mit so einer weißen Krone drauf. Und die nennt sich der Feind meines Feindes. Eine Freundin von mir hat die allerdings bei einer anderen Kronquest bekommen. Ich habe sie bei der bekommen, deswegen sage ich euch das so explizit. Und da bekommt ihr dann am Ende des Rattenkönigs Freunde. Wie gesagt, es kann sein, dass ihr es auch aus diesen anderen blauen Progressionen bekommen könnt. Aber ich habe es halt aus der bekommen, deswegen aus der Perspektive einmal. Danach müsst ihr drei Patrouillen abschließen. Dafür müsst ihr die auf dem Titan machen. Allerdings müsst ihr sie auf der Erde erst einmal freischalten, nach der Story. Und nachdem ihr das gemacht habt, diese Patrouillen-Mission, könnt ihr dann die zwei Events abschließen. Das ist nämlich der nächste Schritt. Ob die heroisch sind oder normal, das ist vollkommen egal bei diesem besten Schritt. Danach müsst ihr noch zwei PvP-Matches machen. Ob ihr diese gewinnt oder verliert, ist auch hierbei egal. Und zuletzt müsst ihr Dämmerung machen. Allerdings mit der kleinen Bedingung, dass ihr fünf Minuten Reiszeit überhaben müsst. Das ist für einige nicht so einfach, wie ich jetzt feststellen musste auf Facebook. Deswegen werde ich die Tage auch vielen versuchen, bei der Dämmerung zu helfen. Weil wir haben uns da schon so eine richtige Taktik ausgefeilt und so. Ich werde euch dazu am besten auch mal ein Video machen, weil jetzt bis Dienstag kann ich nicht mehr ganz so viel zocken. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal noch so ein Video mit der Dämmerung, wie ihr das mit fünf Minuten Restzeit machen könnt. Und das werdet ihr später auch auf meinem Kanal sehen. Genau, von meiner Seite war es das erstmal. Im Hintergrund seht ihr nochmal die Perks des Rattenkönigs. Und ja, von meiner Seite war es das und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!